für britische Zeitungen. Datenklau und Demokratie. Ein Kommentar von Sonja Mekic vom Westdeutschen Rundfunk. Eine rote Linie ist überschritten. Niemand kann ab jetzt sagen, er habe von der schleichenden Erosion der Demokratie nichts mitbekommen. Die britische Regierung hat sich einen massiven Angriff auf die Pressefreiheit erlaubt, als sie von der kritischen Tageszeitung Guardian verlangte, Snowdens Material zu zerstören oder herauszurücken. Ein antidemokratischer Akt, wie man ihn eher bei Despoten vermutet. Ein lächerlicher Akt, denn die Datenträger sind längst kopiert, längst dem Zugriff staatlicher Schnüffler entzogen. Aber hier wird signalisiert, hallo, ihr investigativen Störenfriede, hört auf, sonst machen wir euch das Leben verdammt schwer. Dass übrigens der Lebensgefährte des Guardian-Journalisten Greenwald fast neun Stunden im Flughafen Heathrow in einer Art Sippenhaft festgesetzt wurde, das passt zur Drohkulisse. Was passiert da eigentlich? Und nicht nur in London. Data Mining, also das großflächige Ausspähen unserer Daten, ist Standard geworden. Bei Konzernen, Kriminellen und Institutionen. Unsere Werte aus dem 20. Jahrhundert hinken aber den Möglichkeiten des 21. hinterher. Und so missbrauchen demokratische Staaten Gesetze und Verträge. Geheimdienste verschieben die gesunde Balance zwischen Freiheit und Sicherheit kaum kontrolliert. Staatswohl verselbstständigt sich. Nein, die NSA-Affäre ist nicht vorbei. Journalisten werden weiterhin für Transparenz sorgen, auch wenn die Dienste genau dieses verhindern wollen. Der Interessensgegensatz hat eine neue Schärfe erreicht. Darauf wirft der Guardian-Skandal ein grelles Licht und verdient unsere Aufmerksamkeit. Und der Druck auf Enthüller, nicht nur auf die vom Guardian, unseren Protest. Sonja Mikitz kommentierte.